Herzlich willkommen zurück zu The Forest Willkommen Bei unserer Sinkhole-Folge Sinkhole-Folge Muss man nur irgendwie runterfinden Ich mein mal hier Sag mal Meinst du wirklich man kommt da durch ne Höhle durch? Oder man braucht nen Fallschirm oder man muss jemanden runter schubsen Nein, aber ernsthaft jetzt, mir ist grad so Ne, ich glaub nicht, dass man irgendein Fallschirm oder so findet Nein, 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 Fallschirm nicht, aber wir haben noch die Klimping-Ex Ach, nee, nee, ich glaub das nicht Das will ich jetzt ausprobieren, aber jetzt pass auf Ich glaub schon, dass man durch irgendeine Höhle irgendwie dann da War denn da nicht Genau in der Mitte war doch so ein Loch, glaub ich, oder? Ja Ich glaub, man kann vielleicht irgendwie tauchen und dann da kommt man dann raus Glaub ich eher durch ne Höhle irgendwie Meinst du echt? Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Nur mal so Wohlen da, wo wir angegriffen worden sind Na gut, wollen wir jetzt schnell speichern, weil ich mag das echt ausprobieren mit der Klimping-Ex Funktioniert nicht Eigentlich braucht man da so eine spezielle Wand, ne? Ja, braucht man so eine spezielle Wand, die ist da nicht da Das ist ein eingebohrene, direkt da, wo du hin rennst Ja, das ist wieder eingebohrene Und ein Lister-Box bei mir vertreten Oh, Alter Ähm, ich hab volles Problem grad Bist du? Ich bin hier unten, aber ich weiß nicht, wie ich hochkomm Am besten springen wir Ach Gott sei Dank Das muss gehen, echt Ach Gott Nene, ich glaub da kommt man echt nur durch ne Höhle irgendwie runter Wir, wir, wir waren ja durch ne Höhle sind wir schon mal ins Sinkhole reingekommen Da waren wir ungefähr bei der Hälfte oder so Aber wir sind halt dann leider nicht noch weiter runter gekommen, sondern sind wir irgendwo hochgekommen Ja, das war so, da waren wir in so, 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 wie sagt man da? Ja, so eine Einbruchsturm, irgendwie, keine Ahnung Lauf da jetzt einfach mal ein bisschen Tree-Platform? Table Vielleicht finde ich irgendwas Was? Ich brauch mal drei Loks, ich muss mal hier ein Ding machen Was willst du denn machen? Dann kümmere dich grad mal neigen Ich probiere einfach mal was Und beachte mich einfach nicht Drei Loks Für was? Für was brauchst du drei Loks? Boah, fall noch langsamer Nicht runterrollen, nicht runterrollen Ah, hier oben müssen D? Wo war denn das jetzt? Shit, ach da Was? 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 Ja, das ist ein Lissert Ne, das ist mir fast zu weit weg Schüterigen Oh, bei mir sind voll viele eingeborene Viel Spaß Ich bin unten im sinkhole drin, also nicht ganz drin, aber Äh, wie hast du das geschafft? Ne, ich bin nicht drin, ich bin nur ein bisschen runter gegangen Und dann greifen sie mich nicht an, das ist ja schön Ach so, so, hast du das gemeint Ne, ich, also ich hab hier wieder so'n großen Baum gefunden, aber Aber das ist nix Ich schau grad bisschen rum, ob man irgendwas wegsprengen kann, weil Vielleicht ist bei jedem großen Baum irgendwie so'n Sache versteckt Das kann natürlich sein, ne Das kann natürlich sein Ja, wie viele Listert's hier rumlaufen? Ich will, ich will da runter, ich will, da muss einen Weg da runter geben Vor allem wenn da steht, ne Finde einen Weg in ne sinkhole Ja, aber ich Muss das einfach funktionieren Aber es muss durch ne Höhle, glaub ich, sein Also Ich kann, ich weiß nicht Ja, das ist egal Runderspringen und so Ich weiß nicht Da unterspringen wir die jetzt nicht unbedingt Hab ich jetzt kein Fan von Aber wir haben auch die Climping Eggs Ich weiß, das ist Du musst bestimmt irgendwo so'n Stück, äh, Wand sein Ja, genau Wo man da runterklettern kann Aber ich Bezweifel ist, dass man so'ne fette Wand wirklich runterklettern Oh Gott Eingeborene Stirb Die sind nicht willkommen Wow Molotow Alter Oh fuck alles Auf euch hab ich grad überhaupt kein Bock Nee, das glaub ich echt nicht Wo Hunter Hör Blöden eingeborenen Wachen wir dir was hingebott? Hä? Hm, haben wir keinen Bock mehr auf mich, ok na ich komme jetzt wieder zu dir ich habe es weiter nichts gefunden irgendwie auf der auf der seite nein ich habe so gefährlich was ich mache immer wieder um die Füße kurz vor dem Tod und in den Baumstamm stuttgart Sieh aus wie so ein... So wäre da hier voll die Ebene... Du siehst nicht, was ich mache. So. Ich schaff das noch. Ich komm da runter. Es ist zwar eine mega Arbeit, aber... Es wird funktionieren. Ich bin schwer davon überzeugt. Ei. Man kann doch so Seile bauen. Aber ich... Das glaube ich... Ja, das ist doch so ein Dream-Ding. Ja, ich glaube, das kann man nur irgendwie bei so einem Baum dann befestigen oder so. Und wer weiß, wie... Oh Gott. Tief so ein Seil geht. Ach, du magst sowas machen? Okay. Ja. Okay, das ist jetzt wirklich interessant, was du da versuchst zu bauen. Der scheiß eingeborene, komm halt, ja. Das ist auch mega gefährlich. Das Seil... Ach so, so willst du das... Ach du Scheiße. Müssen wir da aufpassen, dass es Seil ist. Ja, ich hab das im Seil schon probiert, aber... Das mit einem Seil geht nicht. Weil das halt so ein Tree-Plattform-Ding ist. Und das kriegst du einfach da nicht drangeschnallt. Nice wär's schon. Oh. Ich öffne ihn jetzt mal runter. So eine Plattform mit Seil geht nicht, oder? Äh... Oh, er fliegt gar nicht runter. Einfach eine Plattform mit Seil? Aber ich glaub, das Loch da ist überhaupt... Da ist überhaupt kein Wasser drin, oder was da mittendrin ist. Ich hab keine Ahnung. Das wär natürlich ne Idee, einfach das zur Runde zu bauen, aber... Aber das geht manchmal nicht. Das ist voll schwer. Hm. Huch. Da liegt ne Leiche. Interessant. Ja, ich hab die runtergeworfen, aber irgendwie will er nicht komplett drunter werfen. Die sterben wir uns in die Leiche. Climbing. Und dann kann man das dann hier irgendwie festigen? Nein. Jetzt geht's nicht weiter, siehst du, jetzt ist vorbei. Das kann man da nicht mehr hinbauen. Warte doch, warte. Warte, warte, war das da, warte? Nein, nicht da. Nicht da. Alter, ne. Ne, das... Oh doch, da war's. Lebst gefährlich? Ja, ich weiß, ich merk's. Vielleicht sollten wir dazwischen drüber mal speichern. Schauen. Aber ich glaub nicht, dass es der offizielle Weg ist. Nein, das glaub ich auch nicht. Glaub ich auch nicht, aber na... Was soll ich? Also ich wäre dafür dann eher wieder mal vielleicht irgendeine Höhle zu finden, oder was? Wieder runter. Ja. Aber das ist eigentlich dieser Turm da unten. Ist der gebaut worden, oder ist das... Naja. Weil so spitz oben ist noch. Bisschen komisch aus. Ach, shit. Ah, da hinten sieht's ein bisschen so aus, als... Das probier ich jetzt mal. Boah, hoffentlich komm ich da wieder hoch. Oder komm ich da hoch? Ja. Ah, cool. Da hinten sieht's aus, als würde... Deine Höhle eingangen ist. Da hinten sieht's mit Kletter, Mann. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Du weißt schon, wenn du abstürzt, dann kann ich dich nicht wiederbeleben, weil ich dann nicht... Ja, deswegen müssen wir... Speichern. Speichern. Bau mal so'n Speicherding. Okay. Ich bin schwer davon überzeugt, dass man da irgendwie so runterkommt. So, Speichern mal. Jo. Ah, so. Okay, wunderbar. Ich geh jetzt irgendwie nicht voran. Ich bin so gruselig. Ich trau mich auch nie so richtig. Und wir haben ja jetzt gespeichert. Wenn ich jetzt sterbe, ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, oder? Naja. Weiß nicht. Aber was willst du denn ausprobieren? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach nur schief geht. Das kann ich keinen Erfolg haben. Dieses Projekt. Weiß nicht, was du dir davon erhoffst. Dass ich da runterkomme. Ja, aber... Ich bin mir halt nicht sicher, ob's dann wirklich dann auch lädt. Weil vielleicht wird das nur unten rumgeladen, wenn jemand dann wirklich durch irgendwie so'n... oder so. Weil es ist immer noch in der Alpha. Ich weiß halt nicht, ob das so ohne Ladezeiten, sag ich mal... Wie in Skyrim halt. Da werden auch die Städte einzeln geladen. Wenn man dann irgendwie sich rausknitscht, dann... Ja. Hast du hier ein Lizard mal gekillt? Weil hier ist ein total Lizard. Ja, ich hab das weggeworfen. Weil es... äh... Spoilt war. Brauche es nicht mehr. Hab dann lieber einen frischen Lizard dran. Na gut, dann... Muss ich jetzt leider auch grad jetzt akzeptieren, dass das nicht funktioniert. Ich wär mal dafür, dass wir vielleicht mal hier jetzt mal... bei diesem Wasserfall mal da jetzt ein bisschen weiter hochgehen. Vielleicht findet man da ja dann was. Na komm mal leider. Okay, jetzt hat der das Depp eine Kletterachse und schafft es nicht mal diesen Abhang hier runter zu klettern. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Naja, also... Würdest du denn da freiwillig runterklettern? Weil es sieht nicht sehr gerade aus. Also... Wir haben da jetzt kein Klettermeister ist. Viel Spaß. Mit einer Hand vor allem. Ja gut, wenn ich meinen Sohn finden würde... Finden wollen würde... Doch, doch. Wieso würdest du auf die Idee kommen, dass eingeborene Deinen Sohn genau da unten haben? Jan... Weil die müssten auch irgendwie runtergekommen sein und nicht wahrscheinlich mit... Äh... Selbstmord gedankt. Blöder. Asebleibtisch. Ach, Mann. Wollen wir mal da kurz runter gucken? Ist das Loch echt das einzige oder wie? Das kann es doch nicht sein oder? Ja. Viele Hasen hier kratzen. Ja. Leck mich. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Ja. 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 Jetzt bist du wieder da drüben. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin einmal rumgelaufen, ja. Ah, da hast du wieder... Lustig. Oh nein, jetzt pack dich schon. Toll, jetzt habe ich den Bogen rausgepackt. Jetzt sieht er mich. Ah, jetzt hat er schon wieder die Waffe in der Hand. Was ist das jetzt? Habe ich ihn getro... Und... Nein, natürlich nicht. Wo ist die denn schon wieder? Stirb. 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 Es gibt auch ein paar. War das ein Hase? Stirb. 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 Hab dann noch einer. Ah, du kommt gerade eingeborene. Hück dich! Was? Es sind gerade so viele hier. Oder werde ich. Ich habe schon wieder nichts auf mich gehört. Bitte sag mir, dass du auf die Wegschott hast. Ja. Sind wir 15 Minuten. Gott sei Dank. Das war dann richtig gut, ne? Ja, richtig gut, ich bin richtig stolz auf dich. Aber für mich kann man sich irgendwie nicht verlassen. Jetzt wird meine Ausdauer lang nicht träge. So, jetzt habe ich eins, zwei, drei, vier, vier oder fünf von alleine gekillt. Sehr gut. Wieso ist hier ein Lister? Na, ich heute ihn einfach mal. Wahrscheinlich ins Feuer gelaufen. Brauchst du was zu essen? Ich habe dir ein Listert reingehauen. Jo, das ist ganz gut eigentlich. Ja, weil ich brauche dir was zu essen. Aber der Listert liegt doch bei mir hier noch. Listert Collected, das habe ich nochmal eingelistert, Collected. Ich habe dir einen reingehauen. Aber wir können eigentlich dann schlafen, wenn das geht. Nee, geht's natürlich nicht. Alter, das nervt mich ein bisschen. Das ist immer erst so mega spät, wenn es voll finster ist, mitten in der Nacht, dass wir schlafen können. Das ist voll kacke. Ja. Ach, jetzt geht's. Na gut, ich wäre dafür, dass wir jetzt noch ein bisschen rumsuchen, ob wir da vielleicht noch irgendwas finden. Aber ansonsten würde ich sagen, wir erkunden nochmal die anderen zwei Höhlen. Alter, das ist doch finster. Wir müssen schlafen gehen. Das geht natürlich nicht. Wir müssen eigentlich speichern. Zum Glück haben wir hier ein Lager vorher, dass wir wissen, wo wir sind. Ja, mach's noch, Alter. Sehr gut. Wie weit ist denn das noch? Na, das dauert schon noch ein bisschen. Da brauchen wir eigentlich auch nicht rumlau... Ja, also nur rumwarten... ...dauert es wahrscheinlich. Vorher gar nichts tun. Ja, besser wie nichts. Der Hase, renn rein! Nein! Der Hase brennt! Cool! Burn, burn, burn! Loll! Ich kann ihn direkt essen! Ich wollte den aufheben und hab ihn gegessen. Das ist doch mal cool. Federn, Federn, Federn! Ich hab drei Federn bekommen. Ein Vogel ist reingeflogen. Knochen. Noch einer! Alter! Oh Gott! Alter, jetzt hört's aber auf! Can't carry on anymore small, okay, ne? Ich hab dir einen Vogel, sag mal. Ja, so dieses Feuer, das ist noch leicht verpackt. Irgendwie läuft jeder rein. Und ich grad sehr schlau die... Du hast grad unser Lagerfeuer kaputt gehauen. Hab ich gar nicht, Mann. Ich hab voll in die Luft gehauen. Naja, ich kann keine Knochen mehr aufnehmen. Ich auch nicht. Ich stell mal ein bisschen Rüstung her. Wie viel, äh... Laub hab ich jetzt eigentlich an mir drauf? Ganzkörper? Warte, ich guck's mir gleich an. Ja, ne, nur unten halt. Gesicht ist komplett normal. Oberkörper und Beine. Okay. Komm, jetzt schlafen immer noch nicht. Es ist doch zum Beepen sowas. Es dauert zum Beepen! Es dauert bestimmt noch zwei, drei Minuten, also... Könnten die jetzt theoretisch hier jetzt die Folge wenden und dann, wenn wir schlafen können, dann die nächste Folge wieder anfangen. 19 Minuten haben wir jetzt, ja, doch schon. Oh Gott. Du schubst mich halt noch runter, hast du recht. Okay, dann, ähm... Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Tag! Bis zum nächsten Tag! Tschüss! Bis zum nächsten Tag!